KOKOMELON Darum spring ich ins Wasser und schon geht's los! Wasch mein Haar! Mein Gesicht! Ich spring in die Wanne mit großer Freude rein! Ich will das sauberste Kind von allen sein! Die Schaum- und Zeichenwolken, die sind schon richtig groß! Darum spring ich ins Wasser und schon geht's los! Wasch den Arm! Hände auch! Hände auch! Hände auch! Ich spring in die Wanne mit großer Freude rein! Ich will das sauberste Kind von allen sein! Die Schaum- und Zeichenwolken, die sind schon richtig groß! Darum spring ich ins Wasser und schon geht's los! Wasch mein Knie! Wasch mein Knie! Zählen auch! Zählen auch! Zauberkeit. 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 Jede Zeit! Wo ist das Haustier? Wo kann es nur sein? Wann ist es denn hier? Wann spielen wir? Wo ist das Haustier? Wo kann es nur sein? Wir warten und warten, warten schon lange, warten auf Jellybean. Das Haustier ist da und es heißt Jellybean. Ein süßes Kuscheltier, es quiekt beim Singen hier. Das Haustier ist da und es heißt Jellybean. Die Füße zart und klein, zum Kuscheln lädt es ein. Das ist unser Hamster. Er läuft gern rundherum, immer rundherum. Er bewegt sich und dreht sich, bewegt sich und dreht sich, immer rundherum. Das Haustier ist da und es heißt Jellybean. Ein süßes Kuscheltier, es quiekt beim Singen hier. Das Haustier ist da und es heißt Jellybean. Die Füße zart und klein, zum Kuscheln lädt es ein. Das ist unser Hamster. Also das Haustier! Das Haustier ist da und es heißt Jellybean. Das Haustier ist da und es heißt Jellybean. Ein süßes Kuscheltier, es quiekt beim Singen hier. Das Haustier ist da und es heißt Jellybean. Die Füße saad und klein, zum Kuscheln hält es ein. Rechts, links, rechts, links, rechts. Fahrrad zu fahren wär nicht schlecht, treten, treten, links und rechts. Wenn die anderen es riskieren, sollte ich es auch probieren. Fahrrad zu fahren wär nicht schlecht, treten, treten, links und rechts. Wenn die anderen es riskieren, sollte ich es auch probieren. Ja, ich kann das, es ist leicht. Ja, ich kann das, ich versuch's gleich. Ja, ich kann das. Und was, wenn nicht, kann ich's wirklich, vielleicht nicht. Du hast Angst, was ich versteh, glaub dran, dass die Angst vergeht. Fass ein Herz, weil's wichtig ist, beweist dir, dass du mutig bist. Du hast Angst, was ich versteh, glaub dran, dass die Angst vergeht. Was ein Herz, weil's wichtig ist, beweist dir, dass du mutig bist. Ja, du kannst das, glaub dran, dass die Angst vergeht. Ja, du kannst das, es ist leicht. Lass dir Zeit, dann wird's erreicht. Ja, ich kann das, vertraue mir, gemeinsam fahren hier. Die Saurier vor langer Zeit, die schlüpften aus dem Ei. Erst winzig, klein, dann riesengroß, welche Dinos kennt ihr so? Hm, Tyrannosaurus, Tyrannodon, Parasaurus, Ultrasaurus, Stegosaurus, Rezekataps. Der Tyrannodon, gut nachdem, wie ganz und so und so. Der Tyrannosaurus ist ganz klar, mein Lieblingssaurier. Seine Arme sind klein, die Zähne schar, beim AmOD von laut ist er. Der Pteranodon ist ganz klar, mein Lieblingssaurier. Der Schnabelspitz, die Flügel groß, beim Fliegen laut ist er. Der Parasaurus ist ganz klar, mein Lieblingssaurier. Mit dem bunten Kamm und Enten-Schnabel, frisst er und läuft umher. Ja, vor langer Zeit, die schlüpfen aus dem Ei. Er ist winzig klein, lang riesengroß, welche Dinos kennt ihr so? Okay, wer ist der Nächste? Der Ultrasaurus ist ganz klar, mein Lieblingssaurier. Mit dem langen Hals und großem Fuß, das Stampfen lief er sehr. Der Stegosaurus ist ganz klar, mein Lieblingssaurier. Mit Plattenrücken und Stachelschwanz haut er ganz wild umher. Der Triceratops ist ganz klar, mein Lieblingssaurier. Er trägt Fragen und der Hörner drei, ganz wild herumläuft er. Sag danke für das Spielen, den Freunden ebenso. Bin dankbar für das, was ich hab' bedanken, macht mich froh. Bei wem bedankst du dich? Bei wem bedankst du dich? Bei wem bedankst du dich? Ah, bei Frau Apfelblüte, weil sie mir Noten beigebracht hat. Bei Frau Apfelblüte, weil sie mir jedes Mal beim Mittagsschlaf hilft. Bei Frau Apfelblüte, weil sie mir am ersten Kita-Tag geholfen hat. Sag danke für das Spielen, den Freunden ebenso. Bin dankbar für das, was ich hab' bedanken, macht mich froh. Bei wem bedankst du dich? Bei wem bedankst du dich? Bei wem bedankst du dich? Ah, bei Sisi, weil sie mir die Drehung gezeigt hat. Bei Bella, weil sie ihr Spielzeug mit mir geteilt hat. Bei JJ, weil er mich nach einem verlorenen Spiel getröstet hat. Sag danke für das Spielen, den Freunden ebenso. Bin dankbar für das, was ich hab' bedanken, macht mich froh. Bei wem bedankst du dich? Bei wem bedankst du dich? Bei wem bedankst du dich? Bei Nina, weil sie ihr Essen mit mir geteilt hat. Bei Cody, weil er mir bei dem Rennen geholfen hat. Bei Nico, weil er mit mir schöne Musik macht. Sag danke für das Spielen, den Freunden ebenso. Bin dankbar für das, was ich hab' bedanken, macht mich froh. Wofür bedankst du dich? Wofür bedankst du dich? Wofür bedankst du dich? Hm, ah, dafür, dass ich durch Sport meine Zähne anfassen kann. Für den Spieltag, an dem ich Tau ziehen durfte. Für den Strandtag, mit den vielen spannenden Tieren. Sag danke für das Spielen, den Freunden ebenso. Bin dankbar für das, was ich hab' bedanken, macht mich froh. Bei wem bedankst du dich? Bei wem bedankst du dich? Bei wem bedankst du dich? Ich bedanke mich herzlich bei euch allen. Morgen ist schon der erste Kita-Tag. Morgen ist schon der erste Kita-Tag. Aufgeregt bin ich vor dem ersten Kita-Tag. Was brauch' ich alles für den ersten Kita-Tag? Meine Haie! Ah, ein Mahlheft! Genau! Morgen ist schon der erste Kita-Tag. Morgen ist schon der erste Kita-Tag. Aufgeregt bin ich vor dem ersten Kita-Tag. Was brauch' ich alles für den ersten Kita-Tag? Meine Luftballons! Hm. Einen Bleistift! Ja! Morgen ist schon der erste Kita-Tag. Morgen ist schon der erste Kita-Tag. Aufgeregt bin ich vor dem ersten Kita-Tag. Was brauch' ich alles für den ersten Kita-Tag? Meinen Ball? Eine Wasserflasche! Morgen ist schon der erste Kita-Tag. Morgen ist schon der erste Kita-Tag. Aufgeregt bin ich vor dem ersten Kita-Tag. Was brauch' ich alles für den ersten Kita-Tag? Alles klar? Hm. Ah, morgen! Ja! Morgen ist schon der erste Kita-Tag. Morgen ist schon der erste Kita-Tag. Aufgeregt bin ich vor dem ersten Kita-Tag. Was brauch' ich alles für den ersten Kita-Tag? Hm. Meine Jacke? Ja! 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 Meine Schuhe! Ja! Morgen ist schon der erste Kita-Tag. Morgen ist schon der erste Kita-Tag. Aufgeregt bin ich bei dem ersten Kita-Tag. Was brauch' ich alles für den ersten Kita-Tag? Morgen ist schon der erste Kita-Tag. Morgen ist schon der erste Kita-Tag. Aufgeregt bin ich vor dem ersten Kita-Tag. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Bist du fertig? Ich bin fertig für den ersten Kita-Tag. Zählen wir die Schaf. Zählen wir die Schaf. Ihr seid so brav. Heute kommt der Schlaf. Zählen wir die Schaf. Wir wollen doch spielen, Frau Apfelblüte, dürfen wir spielen, bitte, bitte. Ihr spielt nur gut, wenn ihr seid ausgeruht. Ihr spielt nur gut, wenn ihr seid ausgeruht. Zähn wir die Schaf, ihr seid so brav. Bald kommt der Schlaf, zähn wir die Schaf. Ich fürcht mich im Dunkeln, Frau Apfelblüte. Ich fürcht mich im Dunkeln, bitte, bitte. Seht ihr das Licht, fürchtet euch nicht. Ich mach euch Licht, drum fürchtet euch nicht. Zähn wir die Schaf, ihr seid so brav. Bald kommt der Schlaf, zähn wir die Schaf. Ich fühl mich allein, Frau Apfelblüte. Ich fühl mich allein, bitte, bitte. Ihr vertraut mir und Daddy ist hier. Ihr vertraut mir und Daddy ist hier. Zähn wir die Schaf, ihr seid so brav. Bald kommt der Schlaf, zähn wir die Schaf. Im Raum steigt ihr auf, zu den Sternen hinauf. Und nach dieser Ruhe, kommt Schlaf auf euch zu. Zähn wir die Schaf, wir sind so brav. Welche Form ist das? Welche Form ist das? Wie nennt man diese Form? Sie hat drei Seiten und drei Ecken. Wie nennt man diese Form? Das ist ein Dreieck. Ja, gut gemacht. Finden wir Sachen, die so aussehen wie Dreiecke? Hm, ah! Schön! Großartig! Das passt nicht. Diese Form hat zu viele Seiten. Hm, ah! Das ist ein Dreieck. Gut, sehr schön. Welche Form ist das? Welche Form ist das? Wie nennt man diese Form? Sie hat vier Seiten und vier Ecken. Wie nennt man diese Form? Ach so, das ist ein Rechteck. Ja, ganz genau. Finden wir Sachen, die so aussehen wie Rechtecke? Hm, ah! Schönen, großartig! Das passt nicht. Diese Form hat nicht genügend Ecken. Hm, ah! Das ist ein Rechteck. Klasse, gut gemacht! Welche Form ist das? Welche Form ist das? Wie nennt man diese Form? Sie hat fünf Seiten und fünf Ecken. Wie nennt man diese Form? Das nennt man ein Fünfeck. Ganz genau. Finden wir Sachen, die so aussehen wie Fünfecke? Hm, ah! Schönen, die so aussehen wie Fünfeck. Schön, großartig! Wie nennt man diese Form? Wie nennt man diese Form? Sie hat sechs Seiten und sechs Ecken. Wie nennt man diese Form? Ja, das ist ein Sechseck. Ganz genau. Finden wir Sachen, die so aussehen wie Sechsecke? Hm, ah! Schön! Großartig! Das passt nicht. Diese Form hat zu viele Seiten. Versuch's nochmal. Hm, ah! Das ist ein Sechseck. Großartig! Welche Form ist das? Welche Form ist das? Wie nennt man diese Form? Sie ist rund nur und hat keine Ecken. Wie nennt man diese Form? Das ist ein Kreis. Ja, gut gemacht. Finden wir Sachen, die aussehen wie ein Kreis? Hm, ah! Oh! 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 Untersuch dich ein Doktor, das kann dir nichts geschehen. Ob du kerngesund bist, das möchte er sehen. Er wiegt und misst, wie groß du bist und prüft, ob alles in Ordnung ist. Untersuch dich, ein Doktor, dann kann dir nichts geschehen. Ob du kerngesund bist, das möchte er sehen. Er hört sich Lunge- und Herzschlag an und prüft, was sein Körper so alles kann. Untersuch dich, ein Doktor, dann kann dir nichts geschehen. Ob du kerngesund bist, das möchte er sehen. Er prüft die Augen und Ohren im Nu. Kannst du gut sehen und hören dazu. Untersuch dich, ein Doktor, dann kann dir nichts geschehen. Ob du kerngesund bist, das möchte er sehen. Schaut in den Mund und Rachen auf. Das sind die Ergebnisse, die er braucht. Untersuch dich, ein Doktor, dann kann dir nichts geschehen. Ob du kerngesund bist, das möchte er sehen. Er prüft, was du fühlst. Er prüft, was du fühlst und schaut Knochen an, damit er dein Wachstum beurteilen kann. Untersuch dich, ein Doktor, dann kann dir nichts geschehen. Ob du kerngesund bist, das möchte er sehen. Brauchst du ne Spritze, dann ist das okay. Der kleine Piekser tut dir nicht weh. Untersuch dich, ein Doktor, dann kann dir nichts geschehen. Ob du kerngesund bist, das möchte er sehen. Schön aufgepasst! Wir lernen jetzt die Noten, die wir singen werden. Folgende Noten werden erklingen, wenn wir gleich gemeinsam ein Liedchen singen. Bringen wir sie zusammen, entsteht ein Lied. Springen wir hoch und singen mit. Do, Do, Re, Re, Mi, Mi, Fa, Fa, Sol, Sol, La, La, Ti, Ti. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do, Sol, La, Ti, Do. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Folgende Noten werden erklingen, wenn wir gleich gemeinsam ein Liedchen singen. Bringen wir sie zusammen, entsteht ein Lied. Springen wir hoch und singen mit. Jetzt singen wir zusammen die Noten von Mary hat ein kleines Lamm. Mi, Re, Do, Re, Mi, 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 Mi. Re, 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 Mi, Sol, Sol. Mi, Re, Do, Re, Mi, 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 Re, Re, Mi, Re, Do. Und jetzt das Ganze etwas schneller. Mi, Re, Do, Re, Mi, 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 Re, 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 Mi, Sol, Sol. Mi, Re, Do, Re, Mi, 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 Re, Re, Mi, Re, Do. Ja, sehr gut gemacht. Folgende Noten werden erklingen, wenn wir gleich gemeinsam ein Liedchen singen. Bringen wir sie zusammen, entsteht ein Lied. Springen wir hoch und singen mit. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Untertitelung des ZDF für funk, 2017